hallo meine freunde und willkommen zu einem anderen von second land mit voran und wieso drehst du mir jetzt den rücken weil ich eine schöne aussicht haben wollte wenn ich eine an mod mache ja guck mich an hast du jetzt so weit jetzt ein polizei weißt du das was immer ganz kurz in die kommentare schreiben könnt was ist besser die polizei weißt du oder die speziale weißt du weil die haben beide 450 rüstung aber wir wissen jetzt nicht ob bei mir zum beispiel der eierwärme der eierschützer es war jetzt wirklich das war wirklich unabsichtlich der eierschutz sinn macht oder ob das einfach egal ist in dem spiel weil ich gehe davon aus dass das in dem spiel eigentlich alles was hast du ich glaube schon das war ein unterschied ist die kosten beide gleich viel daher ist es glaube ich nicht dass das da irgendwie vielleicht ich habe erst gedacht ich bin langsamer dadurch aber ich glaube nicht langsamer ohne lauf ich genauso schnell wie mit hey du aber ich muss wasser aufhören machst du ja nie du trinkst ja nur ab seit lang nichts mehr daraus getrunken weil ich immer was gefunden habe ich den witz erzählen wollen war noch drei stück drin jetzt ins 0 ich habe nicht einmal daraus getrunken ich gucke dein video hast videobeweis ja kannst du gerne machen oh scheiße sag mal hast du ein das war ich keine absicht ich bin mit dem maus gegen die tastatur gekommen okay das ja ich habe was als entschuldigung da super und ich bin fast hier und ich habe 20 prozent leben dadurch richtig getroffen natürlich hast du mich getroffen okay bei mir alter die schießen mit dem dies wollte ich verarschen wo sind die denn vor diesem wasser ne hier draußen vor mir alter ja das ist jetzt nicht ich hab alter was sind das für leute ich weiß es nicht aber die werden von maximal stärker wir müssen endlich stärkere waffen verdammt haltet die halten ja ultra viel aus ja weil die auch gepanzert sind oder es liegt jetzt auch daran dass du nur rüstung hast er lehrt das leiter so kann sein der ist doof hörst du auf hauer alter der hat ja das tut ja richtig weh man ja und wir machen so gut wie nichts bei den gefühlt hinter dir seiner mit messer ja ja die haben auch bessere rüstung wir haben diese kampf messer versteckt dass ich gerade echt unterbauen jetzt habe ich zwar die stürmer also die stürmer bringt mir nichts weil die musste aus dem strom ich konnte gerade noch nicht gucken die jungs kamen hier auf einmal ich wollte gerade in ruhe gucken hier tor weg ach ja stimmt bleibt da weg bleibt da weg bleibt da weg bleibt da weg die war zu kurz geworfen hast gekillt weiß ich nicht das sind auf jeden fall zwei tote ja das ist gut jetzt ruhe so also oh mein gott einige scheiße ich muss ehrlich sagen ich bin froh dass ich glaube ich die spitze ich bin froh dass ich die was in jahr zwei macht das noch da ist es nur einer sagt das sind noch mehr ich bin tot aber jetzt brauchen wir nicht also wir gehen jetzt auf waffen ja also die werden immer also nicht nur dass sie von der rüstung her größer werden die werden auch von den waffen her immer fieser ich treffe den halt nicht der hält so viel aus man die waffe war nicht geladen kaputte bm so dieses kaputte smg brauche ich damit wir das schon mal haben du weißt schon dass wir davon schon 20 stück haben nö doch ja nur 25 stück hä was sind denn aber was mich halt ein bisschen alleine auch die munition die wir brauchen wenn du mal hochrechnen sind moderne teile ok ja ja moderne teile kannst du auch bauen ja ja ich habe es gerade gefunden so was ist jetzt mit dieser stirnlampe eine starke stirnlampe mit weitreichendem licht ideal zum beleuchten der dunklen tiefen des meeres also steht nichts von schwung ja aber zumindest da hast du einen schwarzen balken das heißt du musst sie irgendwie aufladen ich habe jungen und schwarzen balken ja kannst du sagen machen nee gut ich auch nicht ich teste das gar nicht gleich unter wasser so 11 uhr ich bin weg tschüssi stoff so wo gehe ich hin ja das denke ich mir nämlich auch immer gut ist wir haben ziemlich viel benzin ja ähm bum 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 so mein leben ne komm mal da lang das problem ist einfach dass du mir voll eine midi geben hast am Anfang ey das war und dann kam die gegner ja 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 das war aber echt keine absicht ich weiß dass das keine absicht war das war pure absicht ich bin wirklich dann wärst du tot ne du hast mir ja schon in den kopf geschossen wenn ich dich hätte töten wollen hätte ich dich auch äh so getroffen also die lampe irgendwie stört die oder was hast du also so vom die geht halt nicht an ja es schränkt schränkt ein bisschen die sicht ein also diese kaputte betäubungs smg ja zerlegen sie beschädigte recycelbare waffenteile am fortgeschrittenen waffen herstellungstisch ja um dann wahrscheinlich die pläne für die waffen zur herstellung zu bekommen deswegen will ich ja dieses okay also plan masterplan master masterplan ist jetzt dass wir ähm dings holen wir brauchen eisen eisen barren genau eisen 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 wieso treff ich den nicht hallo so hallo ich bin mal auf der gummienten insel da hab ich auch überlegt hinzufahren oh mein ja weil hier ist nämlich auch eisen äh oh dann hingeschossen muss erstmal mein boot leermachen ich hab gar nicht ich hab voll vergessen mein boot letztes mal leer zu machen ich guck grad rein wollte halt nur die sternlampe reingehen gucke oh ist voll oh ja hier ist hier ist hier ist hier sieht's nice nach eisen und kopf aus ja ja so der tom bist du gerade in der nähe oder am schießen nein 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 ach der da hinten ist das ich bin definitiv nicht in der nähe weil ich bin noch zu hause ah ok ja auf welche größe ist denn die gummienten insel? äh level 2 was? ja ok äh dann fahr ich ja wo fahr ich denn hin was level 2? ja mehr nicht hier steht level 2 ja das ist ja voll sogar am anfangsgebiets level 2 mhm ich bin aber der meinung dass hier bei dieser holz ach wo hab ich denn damals dieses ganze eisen gefarmt ich hab doch letztes mal also ganz ganz viel eisen gefarmt das schon weiß ich nicht da war ich noch nicht mit bei doch warst du achso diesen anfang meinst du ok ich dachte so dein dein erstes ne 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 ach ne mein erstes test spiel da war ja da war nicht so viel ich glaub ich werd auch wenn ich hier in den Standardgebiet rumtauche nicht meine taucherflasche nehmen ich glaub da ist noch eisen ey Jungs ihr könnt einen echt auf die Eier wie viel haben wir gesagt wie viel eisen brauchen wir denn 20 eisenbarren brauchen wir ich glaub 2 oder 3 sind 2 sind drin schon im 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 okay weil ich hab jetzt 5 erz schon mal ja ich hab auch 6 erz wie war das ein erz ein barren äh ja oh das ist gut haben wir ja schon mal 9 äh musst du es erst erforschen oder musst du oder kann man es schon bauen bauen es geht ums bauen erforscht ist es schon das ist gut gerade ob ich hier irgendwo was sehe ne ich glaub ich muss woanders hin aber was ich erstmal mache ist das hier ja ach das Fleisch das ist alles Kupfer ansonsten ungünstig vor allen Dingen ich fährte mit dir jetzt sagen wir so oh ist alles Kupfer und dann auf einmal ja wir brauchen 100 Kupfer wir brauchen Kupfer aber dann weiß ich zumindest wo ich hinfahre die andere Frage ist wo Gummihenteninsel so so ich weiß nicht wo ich hinfahre Raffinerie glaube ich Raffinerie warte mal Raffinerie war glaube ich nur Schwefel ne ja ich fahr mal weiter mal gucken bin ich zumindest der Meinung ich bin mir auch nicht sicher ja ich fahr auch mittlerweile mit Turbo ne ja ja ich auch ist mir lax jetzt was wir am Benzin verbrauchen ich meine klar es ist nicht so geil wenn du jetzt welches brauchst aber will ich grad fahr ich nochmal zur Raffinerie oh ich glaube ich weiß warst du schon beim Bürgerzentrum äh da da hab ich dir auch die ganzen Elektrobauteile hergeholt und da hatte ich auch Eisen gesehen glaube ich nicht weil Bürgerzentrum ist auf Null äh also hättest du vielleicht woanders warst nein das ich war beim Bürgerzentrum wieso ist das bei dir auf Null und meine Raffiner mein Freizeitpack ist immer noch auf 21% ja bei mir auch hm komm mal schnell ich fahr nochmal hin jo mach mal da hattest du auch Eisen oder? ja ein oder zwei irgendwie also das war jetzt nicht viel aber ja ich hatte da auch Eisenherz gefunden so das war's dann mit Eisen hier auf der Insel äh ach das ist viel zu tief das ist Quatsch das ist Käse da brauchst du die Flaschen für ja ja ich will irgendwo was farmen wo ich nicht so viel äh weißt du wo ich einmal runter tauchen kann zwei Erz abbauen kann wieder hoch so weißt du du willst es dir einfach machen ja klar ich hab vorhin auch die beiden Flaschen aufgebraucht und bin dann erst hoch und 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 weißt du soll ich dir sagen wo ich jetzt hinfahre? na Metallmine ist ja naja ich werde wahrscheinlich voll auf die Fressbrett klingen aber da gab es keine Außenposten deswegen gehe ich davon aus dass es nur Stufe 3 war so weil wo wir das letzte Mal angegriffen haben da war ja so ein Außenposten da meinst du okay und das guck mal zur grünen Insel mal gucken was da ist das kann auch sein ja wie viel Eisen wie viel Eis hast du jetzt? äh 6 naja shit ich hab ich hab 5 das heißt wir haben 14 ja aber so ganz krampf weil ich wette wir brauchen auch wieder Eisen um ähm welche zu bauen oder so kannst du direkt danach wieder losgucken oh 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 Basis wird angegriffen ach komm ja was machen wir jetzt mal angreifen ja aber die machen unsere Basis doch kaputt oder nicht ist dieser die können die ja kaputt machen ich bin gleich auf dem Weg wie kann es denn sein wir wurden doch gerade erst angegriffen naja die werden immer agroa agroa auch schöne Aussage ja dann fahr ich jetzt zurück ist eh bald dunkel okay Joosten hier gibt es ziemlich viele Hammer Haie Hammer Hammer Haart ich fahr die ganze Zeit halt nur hier rum ey das ist doch kacke warte mal soll ich auch zurückkommen also ich wollte uns zur Polizeistation noch mal schaffst du die alleine glaube ich ich guck's mir mal an Aua das war jetzt schlecht geparkt aber ich guck's mir mal an Samaha Samaha was war los ich ja hier ist keiner richtig aber ist schon gerade der Basis wird angegriffen ich hab's also ehrlich gesagt ich hab's nicht gesehen ne das war nur so kurz aufgeblinkt und dann war's wieder weg also wie gesagt hier ist keiner Basis wird nicht angegriffen hm komisch ja ist eh gleich Nacht also daher ist es ähm nicht so schlimm ja ich will aber trotzdem noch ein bisschen Eisen es kann ja nicht sein dass ich hier rumgurke und finde nix ist doch Quatsch ja Jaja das du du kannst gerne noch weiter äh unterwegs bleiben was ist denn das was ist denn das was ist denn das hier für ne Insel ja aber das bringt mir ja nichts weil guck mal auf die ja gut musst du an Land gehen ne also ich mach jetzt mal kurz Polizeistation vielleicht ist da noch was ich hab zwei Haie oh ne toll hau ab ah könnte sogar Eisen sein wenn ich's richtig seh das ist ja blöder Haie na komm her du jetzt geht's aus dem Maul äh 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 so ne das Problem Polizeistation Schwefel Schwefel das könnte Eisen sein oder ne ja Muscheln ach das ist doch dumm es muss doch irgendwo Eisen geben naja auf dieser Radiosender Insel gab's halt gut ne ne ganz oben wo diese ganzen Eisen nein ich hab da letzt das sind nur gehighlightete äh Texturen du kannst da nichts abbauen warst du ganz oben bei dem Turm ganz oben bei dem Turm bei dem ganz oben bei dem Turm das sind ungefähr sieben äh Ärze nachdem der so anfing mich zu verkock äh ja dann auch gesagt ne gut dann geh ich da noch mal hin ja mache dies die Munition habe ich noch 120 reicht das Ja. Ich fühl mich wie ein Sons of the Forest, alter. So, irgendwie sind die gerade hier alle Brain AFK, ohne Scheiß, ich schieß die einfach alle nieder und die gucken mich an dabei. Ja, ist doch okay. Das ist doch vollkommen okay. Bisschen Tontaubenschießen ist ab und zu auch gut. Das ist halt wirklich Tontaubenschießen, wenn ich treffen würde. Ja, das Problem habe ich auch immer wieder. Ja, die Waffe mit der Zielvorrichtung ist ein bisschen komisch. Ich glaube dadurch, dass du hier schon einige gekillt hast, sind bei mir ja nicht so viele da. Das kann sein. Sag mal, wo hast du die Batterien hingepackt? Oben in die Werkzeugkiste. Ah, ich wollte nämlich mal kurz was ausprobieren. Ich würde ja sagen, du brauchst diese Kabel dafür. Also, dass du da irgendwie eine Kabel an die Batterie stecken musst zum Aufladen. Nee, 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 nee. Du musst eine Batterie in die Lampe tun. Und dann kannst du mit L an und aus machen. Sie verbraucht allerdings den Strom der Batterie. Das heißt, wir werden irgendwann auch den Akkuladegerät. Aber der ist easy. Das ist ein Kupferbarren, ein Komponenten und ein elektronischer Bauteil. Er baut die doch schon. Jo. Und dann kannst du die Batterie nämlich die ganze Zeit laden. So. Ich wollte keine scheiß Fackel mehr mitnehmen. Richtig. Was habe ich gesagt? Eine Batterie, eine Komponente, ein Kupfer, eine Komponente und ja. Ein Kabel. Ja. So. Also diese Radiosenderinsel ist jetzt gerade richtig easy. Baue ich mal hinten in die Ecke. Aber baue nicht in diese, in das Lager nicht. Bitte nicht. Nicht? Okay. Dann baue ich sie hinten beim Dings. Na, wie heißt es jetzt? Alter, die muss immer noch erworschen. Haha. Du warst da nicht ganz oben, ne? Nup. Okay. Hier ist ein Tresor und da am Festland kommen da Blubberblasen hoch. Auch witzig. Okay, ich habe sie jetzt erst gecheckt. Okay. Die ganzen Ärzte sind hier wirklich alle nicht mehr da, die vorher immer da waren. Da, wo ich sonst immer alle abgebaut habe. Ja. Oben bei dem Tower. Da hast du gar nichts abgebaut gehabt, oder? Nein. Also. Das ist nicht gut. So. Der Dings, das Ladegerät steht hinten beim Sprithersteller. Mhm. Da können wir dann die, ähm, Lampen. Der muss irgendwo, ach da unten. Dann laden. So. Dann, es wird morgens, ich gehe auch wieder auf die Suche. Halt. Ja, hier auf die Insel brauchst du nicht. Hier ist nichts. Nö, 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 nö. Ich gucke gleich auf die große Karte und fahre ein bisschen rum. Ich will nur meine Ausrüstung vorher nochmal reparieren. Ich habe hier ein bisschen Tondaupenschießen gemacht und das war's. Jo. Haha. Ich habe halt wirklich fast nichts gelootet, ne? Ich habe halt wirklich fast gar nichts gelootet. Ist ja ärgerlich. So, wo könnte man hinfahren? Ähm. Du meinst, wo, ähm, Erze geben würde? Mhm. Da bin ich gerade am gucken. Ich habe immer noch den bösen Sound. Ach da, deswegen. Hab ich jetzt gerade irgendwie Hallos oder haben die sich gerade verdoppelt? Die werden. Haha. Warst du jetzt bei der Metallmine? Äh, ich bin wieder umgedreht, weil es Level 5 ist. Oh, okay. Okay. Das ist natürlich, äh. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Ungünstig. Wir haben da hinten aber noch ein Kraftwerk. Oh, da könnten wir hin. Ich fahr mal zum Kraftwerk. Das ist aber auch Level, also da muss man auf jeden Fall sehr tief tauchen. Ja, ja. Ich hätte halt gedacht, dass wir uns erstmal so diese zwei, ähm, Pauperglocken bauen. Also diese zwei. Ich weiß da auch nicht. Keine Ahnung. Ich hab wirklich keinen Plan, wo wir jetzt noch Metall herkriegen. Naja, ich fahr jetzt erstmal zum Klopfwerk und guck mir das mal an. Es gibt bestimmt irgendwo so Hotspots. So, irgendwo muss es Hotspots geben. Was mich halt nervt, ich finde halt immer Schwefel, Schwefel. Naja. Ich will aber kein Schwefel abbauen. Oh, ich hab eh. Ne, was ist das? Kupfer, glaub ich, oder? Das Kupfer? Ja, das Kupfer. Ja, das Kupfer. Kupfer und Schwefel, so. Bei Eisen ist das, glaub ich, ne Vorstufe. Von Kupfer und Schwefel, oder nicht? Wenn man jetzt mal so rechnet. Kommt vom Seltenheitsgrad her, weißt du? Jaaa. Hey, Leute, hier ist ein Erz in nem Erz. Ein Erz? Hm? Ich hab ein Erz abgebaut und auf einmal war noch ein Erz drin. Also ein Erz vorkommen, weißt du? Warte mal, ich gucke mal hier jetzt was. Ähm, bim, bim, bim. Ähm. Das Problem ist meine Taucherflasche. Ach so, ist nur die eine, alle. Naja, gut, dann geht's ja. So, wo fahr ich denn jetzt noch hin? Ach damn, das sind nur Moscheln. Ich weiß vielleicht wo. Ich weiß vielleicht noch wo. Überschwemmtes Stadtzentrum. Da war er ja im Endeffekt sehr, sehr beschissen zu looten. Ähm, aber da könnte es sein, dass da viele Ärzte sind. Hm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt einfach mal rumsteuern. Wie gesagt, ich fahre jetzt weiter zum Kraftwerk. Ich dachte ja, aber das war falsch gesehen. Nee, wo ist das verdammte Eisenerz? Das gibt's doch wohl nicht. Kann ja nicht sein, dass das so schlimm zu finden ist. Ich glaube, ich habe welches gesehen hier. Diese Fake-Ärze, ne? Die nerven mich. Okay, du denkst ja so, oh geil, du tauchst jetzt runter. Du siehst da so ein Erz. Und dann ist es so ein komischer Kohler, wo du die nicht abbauen kannst. Ja, das ist doch auch Kupfer. Ach, come on. Ey, ich schwimme hier gerade schon in den Stadtzentrum rum, aber... Ja, hier ist auch nix. Ich schwimme einfach nix, ne? Wolltest du mal, was du willst? Ja. Wo können wir den Eisenerz finden? Ja. Die sind schon wieder Hammerhaier, ne? Ja. Die wollen nur spielen, ne? Das ist richtig. Händlich mit mir, bitte. Der will doch nur spielen. Nur ein bisschen knabbern. Der will dann nur spielen. Ah, okay. Kraftwerk ist Level 5. Geh da mal runter. Oh, 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 oh. Hm? Ist das ne gute Idee? Ist ein Wal? Weiß ich noch nicht. Nein, hier ist, äh, Strahlung. Aber hier... Ah, deswegen Thema Strahlung. Ja, wir haben doch diese Strahlungspacks. Dann noch krieg ich keinen Schaden. Ich hab keinen Plan mehr. Ich weiß wirklich nicht, wo ich jetzt noch anfangen soll zu suchen, weil ich hab jetzt da alle Dinger abgefahren, die ich, äh, sag ich mal, im Kopf hatte. Ja. Aber... Ich find kein Erz. So. Ich find kein Eisenerz. Hm. Hm. Oh. Vielleicht sollten wir doch mal Richtung Stadtgebiet gucken. So, so Apartments oder Dorf oder sowas, weißt du? Ja, ja. Ich glaube, da finden wir das eher. Aha. Da fahr ich jetzt nämlich erstmal hin. Weil da ist nämlich alles wieder respawnt und da fahr ich jetzt hin. Alter. Ja, 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 ja. Du bist jetzt bei... Ich verbiss mich aus der Strahlung. Hm. Bist du tot? Nö, nö. Hast den dritten Abend? Nur leicht vergiftet. Nee. Würde beim, beim Farmen helfen. Ich hab halt noch keine Ahnung, wie ich das wieder wegkriege. Ja, durch das Zeug, was wir gekauft haben. Ah. Hm. Ich geh eben mal kurz grad zum Händler und hol uns, äh, weil ich hab hier so einiges gerade noch was hier. Ja, ja, aber was genau haben wir da nochmal gekauft? Dieses komische radioaktive Zeug da. Ach so. Äh, warte, vielleicht find ich's gerade. Oh, Ninga heißt das. Ah, okay. Ähm. Das ist mein Inventar. Das kann weg. Äh. Brauchen wir... So, ich hab jetzt nochmal welches gekauft. Ne, doch nicht. So, ich hab nochmal welches gekauft. Ja, gut. Ich hab eh ein paar Sachen gefunden. Jungs, beruhigt euch wieder. Ich geh doch schon wieder. Ja, dann. Ich geh doch nur nach Eisenmerz. Ach, äh, irgendwas versunken oder Level 6? Versunken ist Level 6. Wo bist du denn? Ich hab zweit außen an der Karte. Ach, da versunken ist die Innenstadt. Ah. Oh. Warum? Ach komm, da sieht alles wie Eisenerz aus. Das find ich auch so... Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ey. Weil, vielleicht soll das ja auch wirklich später mal Eisenerz sein. Man weiß es ja nicht. Ich wette mit dir. Es ist irgendwo im Startgebiet oder so. Anders kann ich mir das dann nicht mehr vorstellen. Wir finden Kupfer. Wir finden Schwefel. Aber Eisen finden wir gar nicht. Das kann ja nicht sein. Ich komm jetzt auch zurück. Ich fahr jetzt mal in Richtung Villa nochmal, weil da hab ich ja früher immer das Eisenerz gefunden. Mhm. So, jetzt bin ich erstmal im Dorf. Ich glaub ich hab was. Ne. Auch wieder nur diese Fake-Steine. Ja. Diese Fake-Steine, die sind ja totaler Bullshit. Irgendwas... Du kannst bestimmt was mit dem machen. Oder vielleicht... Geil wär's ja, wenn wir... Wenn das auf einmal wirklich Eisen ist. Und äh... Du kannst das irgendwie kaputt machen, weißt du? So, und... Wir über die ganze Zeit... Ja, irgendwie so, ne? So mit ner Bombe oder so. Und wir denken so die ganze Zeit, was ist das für ein Mist, weißt du? Ja, ja. So, diesen Gedankengang hab ich die ganze Zeit halt schon. Ich fahr jetzt nochmal zur Villa und dann komm ich nach Hause, weil... Ja. Macht das keinen Sinn. Nee. Ich hab jetzt wirklich viel abgegrast. Ja. Ja. Aber ca. 43 könnte auch noch sein, warte mal. Ja, irgendwo musste hier was sein, warte mal. So... Warst du schon mal in der Maschinenfabrik? Oh shit. Warte. Problem. Wo bist du denn? Ich bin ganz weit weg. Und... Ich hab mich festgefahren. Und... Die schießen auf mich. Hilfe. Ich muss hier weg. Tschüss. Komm rum. So. Ich wollte halt einen möglichst geraden Weg zurück. Ja. Und du bist dann über die Insel gefahren oder was? Mit dem Jetski. Ich wollte zwischen den Zwillingsinseln durchfahren. Ich war aber ein bisschen zu weit links. Hm. Das hat natürlich nicht geklappt. Nee. Bin da an dem einen Felsen hängen geblieben. Und die haben sofort angefangen auf mich zu schießen. Also entweder ist unser ganzes Eisen despawns. Das glaube ich nicht. Oder wir suchen an den falschen Stellen. Aber wir haben ja so viel schon abgesucht, ne? Hab Tresor gefunden. Was hab ich denn jetzt gefunden? Bauplan Bandspitze. Feindenkontakt Schaden zu. Tja. Keine Ahnung. Ich fahr jetzt wie... Ich fahr jetzt nochmal... zur Villa. Und dann... Ja, fahr ich wieder nach Hause. Und dann war es das für heute. Ja. Würde ich sagen. Also, Metallmine ist by the way keine gute Idee. Da gibt es auch nur diesen Schabernackt Kupfer. Was? Ich bin da jetzt einmal außen rum gelaufen. Hm. Die haben auch gut auf mich geschossen. Die waren böse, dass ich da bin. Aber ich seh überall nur Kupfer. Oder... Vielleicht muss man auch schlafen, damit sich die Erze... Das kann... Oh, ja. Das hab ich jetzt so im Gefühl, dass... Das respawnt, ne? Dass du nur schlafen musst und dann respawn die Sachen. Das kann natürlich sein. Weil ich hab nämlich so im Gefühl... Oder im Hinterkopf gehabt, alle vier Tage respawn das Zeug. Ja. Ja, aber... Wir haben doch schon mehr als vier Tage hinter uns, bevor wir das letzte Mal Eisen gefarmt haben. Das kann natürlich sein. Es würde nämlich... Warte mal, ich glaub ich hab Erz gefunden. Tch. Doch ich hab wirklich welches gefunden. Oder? Tauchen, tauchen, tauchen. Auf jeden Fall hab ich hier schon mal einmal Erz. Ja. Hab welches. Also Villa ist ein guter Call. Aber halt ein bisschen Abseits von der Villa. Hm. Schon mal eins. Ist noch eins und... Und... Da ist noch eins. Also noch zwei, drei Erze hab ich gefunden. Ist das Villa? Ja, zwischen Bezirk 43 und Mutantensiedlung. So. Da muss man gucken, bei mir der Punkt da ist auf jeden Fall was. Ja. Vielleicht ist es auch wirklich nicht in den Bezirken drin, also in den Gebieten. Sondern einfach nur rundher... Nur ein bisschen außerhalb, ne? Genau. Dass es außerhalb ist. Ja, das... Kann auch sein. Ja, aber trotzdem dort, wo ich... Was mich halt wundert, ob dieser Radiosenderinsel, dass da nix ist. Also wir haben das... Das ist ja so oft gespawnt dort. Das kann ja gar nicht sein. Ja, ich kann aber auch nicht mehr tauchen. Meine Flaschen sind alle fast leer. Meine sind leer. Ich tauche gerade. Ich mach das gerade so. Ich... Ausabtauche hoch. Ja, das geht ja nicht. Oh, da unten. Oh, das ist ganz unten auf dem Boden. Und, let's go. Äh... Aber funktioniert. Also... Ja, bauen wir die Waffen das nächste Mal. Erstmal... Wir bauen jetzt erstmal noch die Waffenwerkstatt. Okay. Wobei... Kannst du schon mal Erzbrennen? Bist du schon zu Hause? Äh... Äh... Ich bin jetzt neben deinem Boot. Neben meinem Boot? Ja. Bin über dir. Ich hab jetzt 20 Eisenerz dabei. Ja, das würde ja schon reichen. Ja, aber... Die 5 klaue ich dir schon mal raus. Ja, dann fahr ich schon mal los, genau. Ja. Ich will hier noch schnell das Heilzeug mitnehmen. Ich bin so froh, dass die Dinger hier keinen Schaden kriegen. Die Fahrzeuge. Ja. Das wäre richtig schlimm. So wie ich damit teilweise durch die Gegend heize. Das wäre richtig schlimm, ja. Vor allem, wenn die kaputt gehen würden und du musstest die wieder neu bauen. Ja. Ich muss nochmal kurz in die Villa. Ich seh da nämlich was. Mach, mach. Ich seh hier Blubberblasen. Das heißt, hier ist doch ein Tresor, oder? Ich kann von draußen den Tresor looten. Schon wieder einen neuen Bauplan. So. Perfekt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause. Wie lange dauern jetzt ungefähr die Eisenbahnen? Hm. Keine Ahnung. Das geht aber fix. So, ist hier noch was drin? Hast du die schon Lampe benutzt? Ja. Wo ist die zweite Batterie? Weil dann würde ich nämlich eine Batterie mitnehmen. Da. Ja, hab's schon. Wo hast du die Heilmittel rein getan nochmal? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Na klar. Für die Strahlung? Ja, weiß ich nicht. Ach so. Ach da. Ja, bei dem Heizzeug glaube ich, ne? Wird verwendet, um Schäden durch Strahlung schnell zu beseitigen. Okay. Du kannst den mal raus, bitte? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich kämpfte aber gegen alles, klar. Wie viel Medizin hast du? Du meinst von den fünf Kräuter Medizin. Okay, warte mal. Fünf. Komm mal her. Ja. Du sagst fünf, ne? Ja. Ja, bitteschön. Oh, wow. Äh, ja, Erz, Erz da. Danke. Ja, ich hab ein bisschen was gefunden. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, das heizt euch nämlich immer mit. Heizt euch brauchst du immer in dem Spiel. Die rechte Tonne bitte nur so Sachen, die wir verkaufen oder verwerten. Alles klar. Das wär super, aber dann hab ich ein bisschen Überblick. Die linke kannst du dann alles reinmüllen, da kannst du machen, was du willst. Alles klar, machen wir so. So. Boah, ich bin... Ich bin gerade... Hab ich nicht vorhin ein Hai getötet? Ich hab doch vorhin zwei Haie getötet. Das weiß ich nicht. Ach doch, hier. Ja. Da muss ich sagen, hab ich nicht genau zugehört. So. Hast du genug Holz? Ja, 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 das passt alles. Ähm. Ich zeig dir ja und er ist ausgegangen wahrscheinlich. Ach nee. Okay. So. Das Chemiezeug packe ich hier rein. Kannst du hier nochmal ein bisschen Holz reinpacken? Links hinten bei den Chemiedingen. Ja. So. Kannst du meine Sauerstoffflasche noch voll machen? Wie viel brauchen wir denn noch? Einen einzigen Barren. Ich brauche hier schon hin und her und gucke doch so. Wo ist der, der so erst fertig wird? Da. So. Äh. Dann brauche ich Metall... Ne, halt. Elektronik. Wie viel brauchst du? Ähm. Fünf und zwanzig Komponenten. Da ist nur die Frage, wo soll ich's hinbauen? Äh. Wie groß ist denn das Ding? Keine Ahnung. Kann ich dir erst gleich sagen. Hier oben würde ich trotzdem... Also hier in die Ecke... Weiß ich nicht. Hier in die Ecke? Wenn er reinpasst. Aber ist auch wieder so ein hin und her, ne? Äh. Oder baust du hier? Ne, wobei hier will ich den Ofen. Hier, baust du hier. Genau hier. Also hier in die Ecke würde es genau reinpassen. Ja, da machst du. Also. Okay. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass es so groß ist. Äh. Erhaltet die Baupräne von Können, die sie defekten... Äh. Äh. Da. Oh. Draht installieren. Was hört sich an der Strom? Ähm. Wir haben da den großen Generator schon freigeschaltet, ne? Ja. Ich such gerade die... So. Fortgeschrittene Teile. Ähm. Wo hast du die Stallbahnen hingetan? Oh, scheiße. Ich hab rausgetan. Ich hab keine mehr. Die hab ich aus deiner Rüstung gemacht. Wie viel brauchst du denn? 10. 10. 10. So. Äh. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Ja, wir müssen den kleinen das erforschen. Ach, müssen wir? Mhm. 6 Eisenbarren. 6 Komponenten. Ja, ja. 3 elektrische Teile. So. Äh. Ein Eisenbarren. Die anderen mache ich gerade. Dann bringe ich die erweiterten Dinger mal zurück. Soll ich dir eine gute Nachricht sagen? Na? Wir haben unsere Mission noch nicht resettet. Nee. So. Die fortgeschrittenen Teile kommen da rein. So. Dann äh. Gib her. Gib her. Gib her. Gib her. Zack. 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 Das Problem ist ja, wenn wir jetzt da oben eigentlich den Generator brauchen. Wo willst du den hinstellen? Hier so oder was? Den hätte ich hier vorne. Hier. Weiß ja nicht, wie weit du ziehen kannst. Die Frage ist, ob du durch die Wand ziehen kannst. Das glaube ich eher weniger. Na dann würde ich ihn da. Ja, ich hätte ihn hier. Guck mal. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dann kannst du, wenn die hier hast du noch was daneben oder so. Ja. Ey, warte mal. Hier ist ein Recycler drauf, ne? Ja. Ist das ja auch nicht gebraucht? Ähm. Komm mal kurz, ja. Geh mal ganz kurz. Ja, 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 ja. Ich hab's jetzt gesehen. So. Ähm. Wo hast du die da? Nee. Nee. Wo hast du die Waffen? Da. Achtung unten. 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 Ja, aber das Problem ist, du musst die Teile erstmal zerlegen. Ja. Wait a sec. Nein. Auch nicht. Hm. Ich versteh das jetzt. Du musst die gewissen Waffenteile zerlegen, dass du die anderen Teile kriegst. Hier ist eine M16, gibt's ja auch, ne? Mhm. Okay. Das heißt, wir brauchen immer noch den Strom. Geht's uns nicht? Können wir mal kurz schlafen? Weil ich will das jetzt mal machen mit schlafen, dann vielleicht resettet sich das Zeug. Ja. Ja. Ich komme. Äh. So. So. Schlaffi, schlaffi. Alter, jetzt hab ich außerdem den rohen Fisch gefressen, oder was? Ich hab so viel Essen im Inventar, und ich esse den rohen Fisch. Mhm. So. Ähm. Ach, komm. Doch, wie es aussieht, brauchen wir trotzdem den Generator. Hm. Ich brauch noch 6 Komponenten, die sind ja oben. Wie gehst du alles hier? Ja, ja. Ist das alles da? Auf, da sind die Komponenten. So. Dann gucken wir jetzt mal, was das Ding brucht. Ey. So. So. Ähm. Lass mich raten. Fünf Eisen, also fünf Eisenbahnen, fünf Komponenten, drei Elektrobauteile. Wir haben noch genau fünf Eisenherz. Wann kannst du das ja bauen? Bin ich schon bei. Ich brauch das Ding. Oh, wir brauchen Holz, 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 Holz. Was mir gerade einfällt. Beim Händler. Sorry. Äh. Tag war lang. Ähm. Beim Händler gibt es den, äh, diesen 3D-Drucker, ne? Wahrscheinlich kannst du dann speziell die Teile bauen dafür. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ach, ich muss ja das brennen, oder was? Ja. Wir haben ansonsten, glaube ich, gerade keiner. Nee. Da liegt genau einer drin, den kannst du nicht mehr rausnehmen. Das ist ja der Witz dabei. Nein! Lass mich raten, jetzt fehlt einer. Oh, doch. Nee, 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 nee. Passt, 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 passt. Okay. Gehst du noch einmal in den Ofen? Ja, ist ja gut. Warte, 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 warte. Dreh dich mal um, ich muss jetzt nachladen. Nee, nee. Lass mal. Ja, ich hab's verstanden. Da steht Eisenbahn hinzufügen. Er drückt F. Sorry. Entschuldige mich im Namen meiner Mutter. Die kann nichts dafür. Es ist aber ungünstig, wenn... Hast du jetzt wieder einmal reingetan? Nein, 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 nein. Ja, dann bau den hier hinten hin, ne? Wieso hab ich... Ich hab... Ich hab die... Ich hab die Komponenten nicht rausgenommen. So. Jetzt aber da. Ich wollte dir nur schon einen Schuss daneben setzen, dass du auch wach wirst. Mhm. Obwohl ich wahrscheinlich der bin der... Was ist denn das für ein Gerät, Alter? Bleib schauf. Ich hol mal den Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Ja. Und dann an den Draht dran. Ähm. Oh. Hier arbeitet. Ja, genau das. Nein, nein. Ich Vollidiot. Alter, was ist jetzt hier los mit mir? Lass mich raten. Du hast grad den Gummi abgemacht? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Mhm. Ich will auch mal. Wieso recycelst du? Ich hab da eine Komponente schon reingeschmissen. In den Recycler? Ja. Warum? Weil du doch über den Recycler die Teile kriegst, oder nicht? Hehe. Hehe. Ah, du hast recht. Hehe. Ähm. Verwenden. Okay. Verwenden. Verwenden. Okay, verwenden. Dass dieses... Ja, verwenden. Aber wieso? Beim Generator, hm? Ja, ja. Unten beim Generator sich anhört, ne? wir sollten mal unsere waffen wegstecken ja gute idee wir sind beide so veranlag dass wir beide drauf drücken aus versehen drauf drücken ja wo ist wo haben wir jetzt aber wette mal wenn wir jetzt die baupläne dafür haben ich habe das gefühl ja 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 alles klar ich brauche ein klebeband was so liebe band ach ich kann es mir vorstellen online jedes einzelne teil sachen ja aber für was sind die immer das produzieren das verstehe es okay da brauche ich waffen schrub für ich glaube ich verstehe es aber was mache wieso kriege ich dann 20 mal denselben bauplan den kann ich auch wegschmeißen ich habe gerade schon dreimal bauplan bb zwei schrott schrott eisenlauf nicht mehr musste ja erforschen ja aber wenigstens schon dreimal aber einmal ich kann doch nur einmal erforschen so ich weiß was du meinst ich brauche wieder metallschrott wir könnten eine doppelläufige stroflinde bauen kann ich doch nicht dafür das erste mal dass wir kupfer brauchen ja und du brauchst auch nicht wenig wenn ich das gerade sehe was ist denn die beste war komponenten ich baue mir jetzt erst mal diese mauser damit wir auf denselben level sind und dann kann man immer noch weiter gucken so zack zack produzieren was ist eine mauser hier die wie kannst du die denn schon bauen ach so stimmt dafür haben wir ja alles dafür musst du einmal das recyceln dann kriegst du damit die teile dafür nur strom hatten die bude noch aber was ich aber nicht verstehe warum habe ich denn jetzt 20 mal denselben bauplan das ist ja voller käse ist was ich meine ja da gucke an gucke an das hier wollte ich nie das hier wollte ich Papa hat eine mauser wie viel wie viel damit schmachten die lassen wir mal gucken schaden 60 integrierte schussrate 16,67 aber ich war halt eine höhere schussrate 16,67 schussrate ja und feuerrate 800 magazin größe 20 mündungsgeschwindigkeit du hast 20 schuss in der bude drin ja das problem ist aber du feuerst dann aber auch kannst du auch munition herstellen das hier wäre was die macht 208 schaden du wettern die maschinenpistole oder sowas ne lw 959 macht 208 schaden momentan das bis jetzt ja das ist auch die mit der höchsten ne svd 391 schaden ja der svd und danach kommt hier die normale waffenteile funktionieren nicht okay das heißt dafür okay ich sehe gerade im blueprint okay ich habe ja schon ein paar du musst mal gucken du kannst nur die kaputten und die waffenteile die wir gefunden haben die kannst du nehmen und kannst dann zum 3d drucker gehen und kann nein du kannst daraus bauen ja aber nicht diese normalen teile war da lass mich doch mal ausreden kurz es gibt verschiedene waffenteile diese waffenteile die ich jetzt hier im inventar habe die kannst du dich für diese fortgeschrittenen waffen nicht benutzen die kannst du nicht zerlegen lass mich mal hier kommen her wie hier was gerade was hier guck mal hier die hier ja nee die brauchst du auch zum bauen am waffenwerkbank da unten an der kannst du die nicht benutzen so hast du jetzt die die stg 44 recycelt ja gut dann hierfür brauchst du das für den ich weiß nicht was zum beispiel immer an die waffenwerkbank ja geh auf die stg 44 und geh auf den zu abzug den zweiten von links das hier einem frei und da brauchst du die waffenteile für hier ja verstehen okay true alles klar für solche sachen brauchst du halt die dinge ich möchte eine m16 schlecht da haben wir den bauplan noch nicht geht da möchte ich eine lw 59 haben wir auch keinen bauplan führen der will aber was mache ich mit den ganzen anderen baupläne ich habe hier für den einen zum beispiel acht baupläne ja die können wir wegschmeißen oder hier in den großen recycler rein ja das könnten wir auch machen so ich will jetzt noch zwei sachen erforschen und dann sind wir auch schon wieder weit drüber weit weit drüber immer probieren ob das geht guck mal schau mal stolper nicht hast du jetzt ja also es geht durch wände durch ok wie kann ich jetzt hier jetzt kann ich jetzt hier reinschmeißen mal probieren das geht zum beispiel schon mal nicht ok gut ist irgendwo ein knopf gegenstand nehmen war schon was zum recyceln drin ok das geht schon mal nicht war da weißt du was da drin war der alte helm aber irgendein helm drin ok jetzt konnte ich zum beispiel die baupläne konnte ich reinstecken aber die anderen nicht quatsch ok können hier neben den recycler eine tonne stellen ja nein hast du jetzt meinen bauplan da rausgenommen für die m14 habe ich gelernt war nur einer muss mal gucken ja den habe ich da reingetan weil ich wissen wollte was man dafür braucht das ist doch egal dass 14 macht 192 schaden deswegen die kriegen doch eh wir beide ja ja sehe ich auch gerade 15 ach so da holz ok du kannst also pass auf wenn du die baupläne nochmal zerlegst kriegst du wappenteile das ist gut das ist ja gut das magazin kämpfen wir noch nicht so ok aber ich würde sagen wir machen jetzt feierabend ja wir haben jetzt schon mal wieder viel gelernt wir haben unseren recycler wir haben jetzt strom richtig alter was macht hier so ach so das ist der recycler ok ich verstehe den recycler kannst du benutzen da kannst du den zum beispiel was du jetzt übrig hast hier reinschmeißen da kannst du auch hier die der gesagt ich weiß hier waffenteile rein es geht aber auch wieder nicht alles ja ja hier zum beispiel hier diese schroflinten dinger gehen zum beispiel nicht das hat auch wieder quatsch ist es geht nicht alles dann ladies and gentlemen ich hoffe ihr habt euren spaß bei unserem verzweifelten suche nach erz ansonsten schaut auch beim huscher vorbei kanal ist unten verlinkt wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und kommentar da wenn ihr natürlich auch anregungen kritik oder sonst was zu bemängeln habt was wir verbessern können lasst auch sehr gerne ein kommentar da ist nämlich sehr hilfreich für uns ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen abend morgen tag wann immer ihr auch dieses video guckt und wir sehen uns das nächste mal ciao ciao oder rein ja 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 Bis zum nächsten Mal.